Profifußballer Jerome Boateng muss sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht München hat eine Anklage gegen den Fußball-Weltmeister zugelassen. Allerdings ist noch unklar, wie schwer die Juristen die Vorwürfe bewerten. Der ehemalige Nationalspieler soll seine damalige Lebensgefährtin geschlagen und Gegenstände nach ihr geworfen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017